Eine gereizte und trockene Haut ist nicht nur unangenehm und störend, sie kann auch schnell Rötungen und Irritationen aufweisen. Kennen Sie das auch? Dann probieren Sie doch mal den Azylen-Balsam von Dr. Eckstein aus. Die reichhaltige Tagespflege wurde speziell für zarte und trockene Haut entwickelt. Azylen und Panthenol reduzieren entstehende Rötungen und beruhigen die Haut. Aktuelle Studien zeigen, dass sich die Phytosterole positiv auf die UV-bedingte Hautalterung auswirken können. Der Kollagenabbau wird verzögert und kleine Trockenheitsfältchen werden gemildert. Wenden Sie die Tagespflege am Morgen nach Ihrer gewohnten Gesichtsreinigung und nach dem Tonisieren an. Entnehmen Sie eine erbsengroße Menge aus dem praktischen Pumpspender und verteilen Sie die leicht bläuliche Konsistenz gleichmäßig auf Ihr Gesicht und Ihren Hals. Die cremige Textur wird sehr gut von der Haut aufgenommen und hinterlässt ein durchfeuchtetes und angenehmes Hautgefühl. Der Duft ist neutral, erfrischend und riecht angenehm und nicht aufdringlich. Der Azylen-Balsam eignet sich zudem sehr gut als Grundlage für Ihr Make-up. Der Azylen-Balsam ist zudem frei von Mineral- und Silikonölen, enthält keine künstlichen Farbstoffe, ist komplett vegan und natürlich tierversuchsfrei. Probieren Sie ihn doch einfach mal aus. Der Azylen-Balsam ist zudem frei von Mineral- und Silikonölen, enthält keine künstlichen Farbstoffe. Farbstoffe. Der Azylen-Balsam ist zudem frei von Mineral- und Silikonölen. .